Ja Schnipsi Haberkorn? Helga, ja seid ihr wieder zurück von die Malediven. Was ist denn los Helga? Weinst du? Hä? Na? Na geh! Ja seid ihr total durchgedreut! Sag doch mal Helga, spinnt ihr denn? Helga? Helga? Aufgelegt! Suck! Ja das du! Schnipsi, wo ist denn die eine Flasche Cognac? Der eine, der Besondere, den ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt hab. Heut war ich mal in der Stimmung, dass ich den ausprobier. Herbert, die Helga hat grad angerufen. Ah, sind sie wieder da aus den Flitterwochen? Sie lassen sich scheiden. Weißt du, die haben da grad erst geheiratet? Ja. Sie sagt, der Peppi hat eine dermaßen gemeine Bemerkung gemacht, am Swimmingpool über ihre Bauchfalten. Über was? Ihre Bauchfalten! Sie sagt, mit so einem Grobian kann ich nicht zusammenleben. Geh, die soll nicht so empfindlich sei. Hat die solch eine Bauchfalten? Ganz normal heut. Nicht der Peppi, der Hirsch. Was? Jetzt muss ich dir mal eins sagen. Er selber hat eine riesen Wampen. Der siebt doch vor lauter Wampen seine eigenen Füße nimmer. Die Helga sieht nämlich ihre Füße schon noch. Aber bloß, wenn sie ihre Oberweiten auseinander schiebt. Das ist nicht lustig. Die spinnen doch zuerst eine riesen Hochzeit. Ich deb mach denen noch einen Trauzeugen. Herbert, Herbert und unser Hochzeitsgeschenk. Wir haben denen zur Hochzeit 250 Euro geschenkt. Genau. Ja, wenn die sich nach 14 Tagen wieder scheiden lassen, dann will ich unser Geld zurück. Das hab ich mir auch grad gedacht. Da ruf mir jetzt an. Das verlangst du zurück. Ich mein, das kann man jetzt doch nicht so direkt machen. Das kann man schon machen. Das Geld war zweckgebunden. Als Start für die Ehe. Gestartet sind's ja. Jetzt hat sie's halt aus der Kurve getragen. Jetzt könnt ihr wirklich einen Kognak brauchen. Wo ist denn der? Gut, dann ruf ich jetzt an. Nein, lass mich. Ich möcht erst einmal wissen, was da los ist. Ich hab schon gewählt. Beppe, Herbert hier, dein Trauzeuge. Sag einmal, nach 14 Tagen lasst ihr euch wie der Scheidenweger ein paar windige Bauchfalten. Was sagt dann? Äh, er wollt bloß ein Witzerl machen. Er versteht nicht, dass die da gar keinen Humor hat. Sag einmal so über seine eigene Wampenlacher. Du sollst über deine... Beppe, Beppe, jetzt sag ich dir mal eins, gell. Du selber, du stopfst dir die Schweinshaxen hint und vorn einig, gell. Also hint hat sich der Beppe meines Wissens noch nie. Beppe, Beppe, du hast gesagt, du hast geschworen, bis dass der Tod euch scheidet. Nein, du brauchst dich nicht umbringen. Ja, er soll lieber Sie. Durchhalten sollst. Ich habe mit der Schnipsi 30 lange Jahre durchgehalten. Was soll das heißen? Lange Jahre durchgehalten? Zuerst feiert's eine riesen Hochzeit mit Stretz-Klimousine. Ja, und weiße Tauben, die mir ein Settglasl geschissen haben. Also, du weißt, wie die Schnipsi und ich uns da reingehängt haben, gell. Menschlich und auch... Finanziell, sag's halt einmal jetzt. Ich habe in der Kirche für euch an Happy Day gesungen. Furchtbar, furchtbar. Obwohl ich kein Englisch kann. Ja, das brauchst du. Die Schnipsi hat Überstimme gesungen. Zumindest hat sie es probiert. Was? Ich habe Überstimme gesungen. Was? Das hätt's nicht gebraucht. Das ist eine Unverschämtheit. Anderthalb Stunden lang hab ich eure Brautschuhe versteigert. Zum Deppen hast du dich gemacht. Ein ganzes Witzbüchel hab ich gebraucht dazu. Jetzt pass auf, was sagst du? Was sagst du denn? Ein Viertelstunde hätt auch gelang. So lang das Geld zurück. Gib mir mal. Das kann man doch jetzt nicht machen. Herrschaft, jetzt lass doch mich. Hallo? Hallo? Hast du aufgelegt? Ich ruf ihn schon zurück dann. Schnipsi, jetzt hör mal mit dem Geld auf. Ich will nicht, dass wir so kleinlich dastehen. Du, ich bin nicht kleinlich. Aber wenn die sich wegen ein paar Bauchfalten nach 14 Tagen wieder scheiden lassen, dann will ich unsere 250 Euro zurück haben. Die werden sie jetzt schon ausgegeben haben auf die Malediven. Malediven? Wir sind damals bei unserer Hochzeit mit dem Radl an Waginger See geradelt. Verstehst du das? Ja. Bei Strömen mit dem Regen. Seltsam mit dem Almanzelt. Das war unsere ganze Hochzeitsreise. Nein, wir sind doch dann auch noch mit dem Regenschirmen von Waging nach Altötting gegangen. Wunderbar. Wunderbar. Sag ich dir mal eins. Der Beppi, der Beppi hat uns zu unserer Hochzeit keinen einzigen Pfennig geschenkt. Einen Toaster hat er uns geschenkt. Ohne Semmelhalter. Ohne was? Semmelhalter. Wir wollten einen mit Semmelhalter. Das hätt ich lang vergessen. Sag ich mal, Herbert, ist dir alles wurscht? Bist du überhaupt nicht nachtragend? Nein, ich war schon nachtragend. Ich kann mir sowas bloß nicht merken. Herrschaft, Schnitzi, das ist doch jetzt auch über 30 Jahre her. Jetzt geht's da um den Beppi. Da fangst du jetzt noch mal mit dem saubläden Semmelhalter an. Schnitzi, geh mal aus. Ich lass mich in Ruhe noch mal mit dem Beppi telefonieren. Ich will aber mithorchen. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Dann sagst du aber das mit dem Geld jetzt endlich. Ja, aber da muss ich in Ruhe reden können. Schau du mal, wo mein Cognac ist. Aber dein Cognac, den hab ich ... Beppi. Jetzt hätten wir selber beinahe einen kleinen Konflikt. Hä? Oh mein, die Helga hat sich in der Speise eingesperrt und weint und frisst. Du ... Beppi, wenn's die Speisel auch gefressen hat, kommt's schon wieder aus. Oh mein ... Ja, du, Frauen sind einfach nachtragend. Egal, ob's da um Bauchfalten geht oder um einen Semmelhalter. Um einen Semmelhalter ... Äh, ist wurscht. Weißt du, Beppi, jedenfalls müssen wir in so einer Lage die Gscheitern sein. Wir Männer. Ja, auch wenn die Helga schuld ist. Bei uns ist auch immer das Nibsi schuld. Was bin ich? Äh, also fast immer. Was? Du, eine Ehe ist kein Wellness-Oase. Das ist ein dauernder Kraftakt. Eine unermüdliche Anstrengung. Eine Sisyphus-Arbeit. Die Ehe mit mir ist eine Anstrengung? Nibsi, sei start, ich telefonier. Eine Sisyphus-Arbeit? Normalerweise nicht, aber manchmal schon. Wann manchmal? Herrschaft ... Moment, Beppi. Jetzt zum Beispiel. Also, jetzt ist es für mich grad schon sehr anstrengend. Du liebst mich doch auch nicht nur ständig ununterbrochen. Jetzt zum Beispiel schaust du grad gar nicht so aus. Schau mal rein in's Spiegel. Huff. Jetzt nibsi, wir können gleich weiter streiten. Merk dir, wo wir waren. Oh, pass. Das ist doch ... Ich glaub, ich spiele dich. Jetzt bin ich ... Ah, so, genau. Eins wollt ich dir noch sagen, Beppi. In unserem Alter, da muss man doch auch immer vor Augen haben, wer pflegt uns einmal. Was? Gell, das sagst du dir auch schon. Genau. Wer is dann einmal da? So, jetzt reicht's. Was? Ich verlasse dich. Weg. Bei dem Sau wieder. Äh, 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 Beppi, ich rufe zurück, wenn ich Schlipsi wieder eingefangt hab. Schlipsi, wir wollten doch grad noch weiter streiten. Was wolltest du mir noch um die Ohren hauen? Ich bin also deine Altenpflegerin? Nein. Du bleibst bei mir, damit ich dich pflege. Gegenseitig? Also ich bin doch auch dein Altenpfleger. Ich will keinen Altenpfleger. Äh, äh, das sagst du jetzt. Aber lass was sein, dann bin ich da, dann koch ich dir deine Preile. Ich will keine Preile. Ich will keine Preile. Oder ein Nudelsupperl. Ich will auch keine Nudelsupperl. Ich will auch keine Nudelsupperl. Was ist denn? Herr Schlipsi, du hast ja da den Bügel hinteren. Was? Warte. Lass mich los. Nein. Herr Schnipselein. Sag nicht Schnipselein zu mir. Für dich immer noch Schnipse, ich merk dir das. Was? Was ist denn? Warte. Nein. Warte. Lass mich. Ich, ich, ich. Kippe mein Hut da. Wo ist? Erzau. Da siehst du es. In solchen Lagen, da ist man dann, äh, in solchen Lagen ist man dann einfach froh, wenn man jemanden hat, der einem da wieder außerhelft. Dies. Meine. Jetzt hätt mir beinahe noch gestritten. Wo wir uns sonst fast, also meistens immer so gut verstehen. Schnipse, ich seh an dir eh immer nur das Schöne. Wirklich? Freilich. Das andere, das schau ich gar nicht an. Hm. Wie meinst du, dass das andere was schaust du nicht an? Das andere halt. Welches andere halt? Was ist an mir nicht sehenswert? Herr Stofft, ich komm mir allmählich vor wie auf einem Minenfeld. Andauernd ab ich wieder irgendwo rein. Ich versuche doch nur, an Peppi seine Ehe zu retten. Inzwischen versuche ich unsere Ehe zu retten. Soll ich noch wem seine Ehe retten? Jetzt war ich grad dabei. Jetzt gang sie in arm. Was ist bei euch also los? Außer damit. So. Jetzt langts. Mir reicht's. Was hast du vor? Ich verlang jetzt unsere 250 Euro zurück. Leg auf. Geh weg. Peppi, jetzt wollte ich dir mal eins sagen. Wir haben dir das Geld zur Hochzeit geschenkt und nicht zur Scheidung. Und drum will ich es wieder zurück haben. Und der Herbert auch. Ich nicht. Doch, der Herbert auch. Peppi, ich brauch meinen Teil nicht. Wenn ihr euch nach 14 Tagen Ehe wegen ein paar Bauchfalten wieder scheiden lasst, dann... Dann... Was? Ihr seid wieder zusammen. Was? Die sind wieder beieinander. Das sagst du doch bloß, damit du das Geld nicht zurückzahlen musst. Spinnst du! Bin ja nicht blöd, oder? Peppi, hab's hier die Kurven wieder gekriegt. Oh mei. Jetzt sitzen sie zu zweit in der Speise und weinen. Du, äh, Peppi, unter diesen Umständen, da will die Schnipsi das Geld natürlich nicht zurück, gell, Schnipsi. Wenn's so ist, dann freut sich die Schnipsi natürlich auch, gell, da freust du dich auch. Nein, Peppi, du solltest da sehen, wie sie sich jetzt freut. Sag's ihm selber. Peppi, wenn das so ist, dass ihr wirklich zusammenbleibt, dann freu ich mich natürlich auch. Ja, ihr könnt auch das Geld behalten. Ja, ja, die ganzen 300 Euro könnt ihr behalten. Moment mal. Peppi, da waren doch bloß 250 Euro in dem Umschlag. 300 waren da drin. Peppi, wir rufen zurück. Sag mal, du hast denen nochmal einen 50er drauf? Ähm, mei. Heimlich. Wie denn sonst? Ich wollt halt nicht so kleinlich dastehen. Schnipsi, merk dir, wo wir waren. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja, Peppi, wo waren wir grad? Also, ob wir nachher bei ihnen zum Essen vorbeikommen mögen, dann dürften sie uns ein paar Tipps geben für unsere Aussöhnung. Das wär rinfig. Peppi, das würd mich für euch jetzt eh interessieren. Wie hast du das bei der Helga jetzt so schnell wieder hingekriegt? Was sagt dann? Na gut, dann kämen wir halt dann, sitzen wir uns zu euch in den Speis. Was? Und stoßen an mit meinem Cognac. Mit waschen Cognac. Peppi, ich rufe zurück. Du hast denen zur Hochzeit meinen Cognac geschenkt. Meinen Geburtstagsgeschenk. Weißt du was, ich hab halt gedacht, bloß ein Kuvert, das schaut doch noch nix aus. Bloß ein Kuvert. Wir reden von 300 Euro. Ich hab doch nicht wissen können, dass du denen nochmal einen Fuchzger drauflegst. Heimlich. Das war mein Cognac geworden. Da sind wir wenigstens gewitt. Gehen wir. Herbert, was hat denn eigentlich der Peppi gemacht, damit er die Helga wieder versöhnt? Willst du das wirklich wissen? Ja schon. Ich hab gesagt, weißt du Helga, so schlimm wie bei Herbert und Schnipsi geht's bei uns noch lang nicht so. Wichtbar. Vielen Dank.